Hey everybody, check it out. Hier ist der Hans-Werner Olm. Ich bin gerade in New York. Ich liebe interessante Städte, deswegen komme ich auch nach Bünde demnächst. Da war ich auch schon ein paar Mal. Ich mache da eine Show, die heißt Mach Fertig. Mich fragt man immer, was ist deine Show, wie ist deine Show? Ich sage, meine Show ist wie ein japanischer Garten. Sie enthält, miniaturisiert das gesamte Universum. Apropos Universum, im Universum spiele ich nämlich auch. In Bünde. Die Show heißt Mach Fertig. Wann? 29. September. 29. September, das ist gleich vor Oktober. Könnt ihr euch merken, checkt die Karten, ob noch welche da sind. Ich freue mich total auf euch. Yo, raus. Hey.